So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon GO. Um 10 Uhr startet der Dortmunder Raid Bus auf der Suche nach dem 100%igen Anego. Shiny ist vorhanden, Lucky Shiny ist vorhanden. Das 100%ige von dieser Ultra Bestie hätte ich sehr gerne, weil das eben die beste Ultra Bestie ist, die wir haben. Zumindest WP-technisch kommen die am höchsten und ich habe sie mittlerweile ins Herz geschlossen, diese lustige Riesenqualle, die auch in Shiny einfach richtig toll aussieht. Im Dortmunder Raid Bus gab es zuletzt aber auch Arctos Raids, Krypto Arctos Raids. Mit dem habe ich kurz einen Prozess gemacht. Ich habe nämlich gesagt, ich raide so lange, bis ich ein Shiny bekomme. Und das war dann auch abrupt zu Ende. So, jetzt habe ich hier, ich gebe nochmal Krypto dazu ein, damit das übersichtlicher ist. Arctos und Krypto. So, jetzt habe ich so lange geradet, bis ich ein Shiny-Krypto-Arctos hatte. Das hat ein bisschen gedauert, aber es ist dann gekommen. Es hat auch mega schlechte IV. Es hat sogar nur eine Null-Sterne-Bewertung. Alle anderen Arctos habe ich verschickt. Ich habe leider kein richtig Gutes bekommen, was ich zu einem Hunderter machen könnte. Brauche ich aber eigentlich auch nicht, da ich ja schon ein 100%iges habe. Das hier sind meine zwei Besten. Dieses ohne Wetterboost mit 15 Angriff, immerhin drei Sterne. Und das mit Wetterboost, auch 15 Angriff. Das passt. Das war Arctos. Und was wollt ihr da 30, 40 Stück aufheben? Ist ja Quatsch. Du kannst es eh nicht tauschen. Wenn es ein Krypto ist, habe ich mir gedacht, ein Krypto-Shiny, das Beste ohne Wetterboost, das Beste mit Wetterboost, hebe ich eben auf. Wenn wir allgemein jetzt nochmal auf Arctos drauf gucken, ist ja das 100%ige vorhanden. Das habe ich nämlich damals getauscht mit Julien. Ist ein Level 50er, 100%iges. Hier als Glücks-Pokémon 3450. Damit ist Arctos eigentlich fertig. Ich brauche bei Arctos gar nichts mehr. Bei Mewtwo sah das Ganze anders aus. Wenn ich jetzt nämlich mal eingebe, Krypto und Mewtwo sehen wir 118 Stück. Jetzt ist die Frage, was macht man bitteschön mit 118 Krypto, Mewtwo? Reicht nicht ein 6er-Team an Kryptos? Alles andere kannst du verschicken. Die Shiny Kryptos, extra gezählt, würde ich aber aufheben. Krypto und Mewtwo und schillernd. Dann sehen wir insgesamt haben wir hier 7 Stück. 7 Krypto-Shiny Mewtwos. Das Beste von denen habe ich auch genommen, habe es gemaxed, auf Level 50 gezogen. Das habt ihr vielleicht gesehen. Das Ding hat auch noch Frustration. Das ist auch ein 3-Sterniges mit 15 Angriff. Generell habe ich von Krypto Mewtwo vorher schon 2 andere Mal auf Level 50 gezogen. Das ist nämlich dieses hier mit 4.650 und dieses mit 4.641. Die sind beide nicht so die Wucht. Die waren damals mal aus einer Forschung, nicht aus Raids. Die hatten 3 Sterne. Okay, aber da ist nicht mal 15 Angriff dabei, obwohl das eigentlich Wust sein müsste. Generell, wenn man Mewtwo mal eingibt, das ist alles wichtig, was ich euch jetzt zeige. Generell, wenn man Mewtwo mal eingibt und geht auf 4 Sterne, Mann ist das kompliziert, seht ihr, dass ich damals nach 783 Mewtwo Raids endlich mein allererstes 100%iges Mewtwo bekommen habe. Das heißt, Jochen hat Psycho-Stoß, Spukball, Psycho-Klinge. Das war ein Highlight damals für mich nach 783 Raids. Das wollte ich in Ehren halten, habe mich dann total gefreut, da ich auch dieses Rüstungs-Mewtwo in 100% bekommen habe und auch auf Level 50 gezogen habe, die zwei Kryptos auf 50 gezogen habe, das Shiny-Krypto auf 50 gezogen habe und in den zwei Dortmunder Ausbeute-Videos habt ihr ja gesehen, ich konnte zwei Stück noch erlösen, so dass ich noch zweimal 100% Mewtwo habe in 2984. Jetzt habe ich mir gedacht, aus allen, die ich jetzt habe, möchte ich alles wegschicken, ein paar nur aufheben, ein paar noch erlösen, ein paar vielleicht noch pushen. Diese zwei möchte ich auf jeden Fall pushen, dass ich hier halt eine hochgezogene, komplette Mewtwo-Armee habe. 1740 WP kommen da dazu, 100% und Level 50 schmeißen wir hier mal dran, genauso wie bei dem auch Power-Up, zieh mal hoch, dann sehe ich, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Auch 1740, so, kommt hier auch der Level 50 Tag dran. Jetzt habe ich insgesamt also zwar vier 100%ige, aber nur drei normale, normale, weil eins ist ja ein Rüstungs-Mewtwo. Mein Ziel ist jetzt, sechs 100%ige Mewtwo zu haben und die irgendwann mal alle zu maxen. Wir gehen also wieder zum Anfang, gehen hier rein und schauen jetzt mal, was wir hier unten haben. Ich habe mir ein paar markiert. Die, die markiert sind, sind welche, die 100% werden, wenn man sie erlöst. Das ist dieses 2375er. Das hat 15, 13, 15, kriegt bei jedem zwei dazu, würde passen. Das ist genau dasselbe, würde passen. Dann haben wir dieses hier, das würde auch werden, das ist 14, 14, 15 und dann haben wir hier hinten dieses, was auch zwei dazu kriegt. Jetzt ist es natürlich Quatsch, wenn man die besten erlöst und das Schlechteste, was ein 100er werden würde, aufhebt. Wir gehen also von unten vor, nehmen dieses schlechte 2398 und erlösen das noch, damit es auch ein 100%iges Mewtwo wird. Was dann unser viertes 100%iges Mewtwo ist. Wie ihr alle denken könnt, würde man wahrscheinlich dann von den 2,96ern, die wir übrig haben, gleich mal Tag dran, 100%, von den 2,96ern eins so lassen und das als Krypto auch dann nochmal hochziehen, sodass ich schon 4 Krypto Mewtwo dann auf Level 50 habe. Das hier also auch erlösen, damit das auch ein 100%iges wird. Und obwohl ich immer dachte, ich bin mit Mewtwo durch, seitdem ich das 100er habe, sind durch die Kryptos und Shiny Kryptos und den ganzen Gulasch nochmal Anreize dazugekommen, weiterzumachen. Ich brauche jetzt ja schon wieder Bonbons, um die anderen Mewtwo noch hochzuziehen, die ich jetzt erlöse. So, 23,75, eins machen wir also noch, das wird auch erlöst, dann haben wir insgesamt 6 100%ige Mewtwos. Und wenn ich, wenn Mewtwo irgendwann wieder zurückkommt oder Krypto Mewtwo wieder in die Raids und man dann auf Bonbonjagd geht, vielleicht kann man sogar irgendwann ein 100%iges Shiny erlösen, was natürlich nochmal ein Anreiz wäre, wieder was zu machen. Ihr seht, theoretisch kann der Yentig das melken, wie sie möchten. sie werden immer wieder einen Bekloppten finden und dann passt das. Jetzt machen wir hier wieder Mewtwo und 4 Sterne. So. Mewtwo und 4 Sterne und müssten jetzt unsere 6er Armee da haben. 6 100%ige Mewtwo und ein Rüstungs-Mewtwo. Leider, naja, können wir glaube ich nicht noch eins hochziehen. 203, wie viel braucht man denn? 272. Statt 269, 272. Ein Erlöstes kostet mehr zum Hochziehen. Ich dachte immer, die sind günstiger, aber wahrscheinlich nur vom Staub und nicht von den Bonbons her. So, machen wir das jetzt aber trotzdem wieder weg, denn wir wollen ja jetzt welche verschicken. jetzt kann man ganz hier runtergehen, kann sich das angucken. Das ist das Allerschlechteste, was ich je habe. Hebt man sowas auf mit 897? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir heben es erstmal auf, einfach so, dass, naja, das ist nichts. Wir fangen also von hier an und markieren einfach mal ein paar. Das ist ein Shiny, das lassen wir übrig. Da kriege ich jetzt ja bestimmt auch noch ein paar Bonbons dazu. So, 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 müsste auf irgendwas mit 23 kommen dann. Müssen gucken, wo die Grenze ist zum Weatherboost, obwohl Weatherboost habe ich ja nicht so viele gehabt. 23, 15, 21, 24, da ist ein XL drin, das können wir vielleicht noch aufheben, das ist das Größte, was ich habe. 23, 87 müsste das ja dann haben. Guckt euch die an. Tut euch das weh? Ne, oder? Ist eigentlich egal. Von den Weatherboosts, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, heben wir von den anderen einfach auch mal die 6 Besten sozusagen auf und haben 92 Stück, die wir wegschicken können. Darunter auch ein XXL Pokémon und 92 legendäre. 21 XL Bonbons gab es noch dazu. Insgesamt haben wir jetzt noch 23 Stück über 3 Gemäxte auf Level 50. Nämlich das mit 15 Angriff, das ohne 15 Angriff, das auch ohne 15 Angriff. Das Beste von dem Weatherboosted hat auch nur 2 Sterne. Also, weiß ich nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Da könnte ich auch von den Wettergeboosteten, falls ich wirklich mal eine 6er Armee machen will, reicht ja, wenn ich schon 3 habe, noch 3 andere. Ich lasse mir mal die 3 Wettergeboosteten übrig, plus hier die 3, machen wir halt auch weg. So. Jetzt haben wir 3 Wettergeboostete und die 3 Besten ohne Weatherboost, dieses 96er, das mit 15 und das mit 15. Ach, ich glaube, die 3 mit Weatherboost mache ich auch weg, weil davon hat ja keiner was mit 15. Doch der erste, aber ach, der ist nicht so gut. So, jetzt haben wir die gepushten. Wir haben die 3 Besten. Wir haben alle Shinies. Wir haben das XXL, was einfach richtig groß ist. Guckt mal, der ist klein, der ist groß. Das lassen wir auch einfach mal drin. Und wir haben das mit 100.000, weil man nicht weiß, was man damit noch machen soll. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr die auch alle weggeschickt? Würdet ihr sogar noch mehr wegschicken? Was hebt ihr auf? Das ist die Frage. Ich schleppe das die ganze Zeit rum. Das müll die ganze Zeit meinen Beutel zu bei jedem Dortmunder Raidbus Tour Wochenende. Weiß man, man macht hier, was weiß ich, 50 Raids oder so. Da kommen wieder 50 Legendäre rein. Du musst aufräumen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Diejenigen, die es interessiert, konnten gucken. Der Rest ist wurscht. Jetzt aber noch ein Tipp. Weil ihr ja wisst, dass hier zum Beispiel Frustration drauf ist. Und die Leute, ich lade das extra jetzt am Samstag hoch, weil das Event, wo man Frustration verlernen kann, geht ja noch bis Sonntagabend. Wenn ich das erst am Sonntag hoch mache, dann sehen das zu wenig. Noch ein kleiner Tipp, wegen Frustration verlernen. Geht nicht auf das Pokémon, so wie ich jetzt, um dann auf Items zu gehen, um dann eine Lade-TM zu nehmen, um dann zu bestätigen, dass das verlernen soll, um dann nochmal zu bestätigen, dass das nicht neu gelernt werden kann, um dann die neue Attacke zu bestätigen, um dann auf das nächste zu gehen und dann wieder auf Items und wieder auf Lade-TM und wieder bestätigen und wieder bestätigen. Das dauert viel zu lang. Mein Tipp war immer noch, gebt einfach Add. Warte, ihr müsst erst auf das Item gehen, genau. Ihr geht einfach in euren Beutel, ihr geht schon direkt auf die Lade-TM, wo auch immer die ist, ihr geht auf die Lade-TM und gebt dann Add Frustration ein, weil Add sucht nach Attacken. Frustration. Wenn ich jetzt Add eingegeben habe, Frustration, zeigt mir, dass alle Pokémon die Frustration haben in der Übersicht an, und dann kann ich die auch mal nach WP sortieren und dann seht ihr, aha, das sind einige drin, nämlich auch die ganzen Shinies und kann jetzt hier einfach draufdrücken, vergessen, okay. Draufdrücken, vergessen, okay. Draufdrücken, ja, Frustration soll weg, da muss man aufpassen. Draufdrücken, Frustration, okay. Draufdrücken, Frustration, okay. Also ich finde, das geht auf jeden Fall viel, viel schneller, wenn man direkt auf die Top-Lade, direkt auf die Lade-TM geht, dann Add Frustration eingibt, es nur die Pokémon anzeigt. Ihr könnt auch in der Mitte einfach rumdrücken, immer so, 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 ist vielleicht ein bisschen nervig, aber wer da wirklich 200 Pokémon hat oder so, wo er überall Frustration verlernen möchte, dann macht das bitte so, dann spart euch das nochmal einiges an Zeit. Ich glaube, das werde ich jetzt jedes Mal zeigen, dass die Leute genau wissen, aha, alles klar. Sinnvoller wäre es natürlich, wenn ihr vorher Krypto eingebt, eure Krypto-Pokémon aussortiert, die, die ihr eh nicht behalten wollt, lasst ihr dann halt einfach weg und die, die ihr behalten wollt, die sind dann übrig, um dieses Prozedere durchzuführen, auf die TM zu gehen, die Lade-TM, dann Add-Frustration einzugeben und euch nur noch hier durchzuklicken, bei welchen Pokémon ihr das verlernen möchtet. So, das mache ich jetzt nicht weiter, das mache ich dann in Ruhe, wenn ich Zeit habe, das war es von meiner Seite aus. Bin mal gespannt, ob es heute klappt, am Samstag im Dortmunder Raid-Bus noch 100% Anego zu bekommen, falls ich keins bekommen, würde ich morgen am Sonntag ab 10 Uhr bei Raids für Zuschauer selber nochmal Anego mitraiden und euch mit einladen mit dem Raid-Account und Sonntag ein bisschen labern und chillen wie beim letzten Mal, das hat eigentlich gut geklappt, hat sogar Spaß gemacht, deswegen würde ich es diesen Sonntag nochmal machen, falls ich kein 100er Anego bekomme. Falls doch, würde ich es wahrscheinlich auch machen, nur dass ich dann halt nicht mitmache. Das war es jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. auf Wiedersehen, das war es sonst gar